Ja, hallo zusammen, willkommen zurück zu meinem Let's Play von Tenshu Stealth Assassins. Und genau, es gab jetzt eine Woche keine Videos von mir. Das tut mir auch leid, aber wie ihr wisst, es lag die Weihnachtsfeiertage dazwischen. Und ja, genau, ich bin einfach nicht dazu gekommen. Und genau, falls ihr irgendwas im Hintergrund sprechen hört, meine Frau spricht gerade mit ihren Eltern. Also die telefoniert gerade, also nicht wundern. Und ja, genau, aber ich denke, das sollte euch nicht so stören. Und ja, genau, wo waren wir jetzt am letzten Mal bei Tenshu? Was war das noch? Ach ja, das war, genau, das war der korrupte Finanzminister von Fürst und Goddard, den wir jetzt killen sollen. Genau, da würde ich sagen, gehen wir das einfach mal an. Wir haben hier Schlafgas, das nehme ich mal mit. Ich nehme auf jeden Fall den Booster mit. Weil man kann ja nie wissen, ob irgendwo Endgegner kommen, ne? Und die Gasbombe kann ich nicht. Das ist egal, komm, ich drück jetzt einfach mal Start und schau mir mal an. Ah ja, vernichte den korrupten Finanzminister, also wir sollen ihn killen. Wir sollen erst den Bodyguard finden und wir sollen auf Bogenschützen aufpassen. Ja, genau. Minister Kataoka, er mag sein Geld. Was ist das, Bizehnja? Es gibt mehr hier als normalerweise. Wir können nicht tun, ohne dich. Das Geld ist nur ein Token unserer Apprechung. Ich mag die Art, wie du denkst. Was kann ich dir helfen heute mit? Wir haben in den Bedenken für das Konstruktionwerk nächstes Jahr gelegt. Wenn du nur... Lass es mir zu lassen. Aber erinnere mich, was mit Echigoya passiert ist. Lass es mir vorsichtig sein. Oh, okay. Den Echigoya haben wir ja, glaube ich, direkt gekillt, oder? Ah, ja, okay. Alles klar. Ja, ich muss in dieser Folge ein bisschen leiser sein, weil es ist mittlerweile schon elf Uhr und ich lad den Part auch erst morgen hoch. Ich habe einfach nur Bock jetzt auf dieses Spiel hier jetzt erst mal. Einfach mal einen späten Part aufnehmen, genau. So. Dann schauen wir mal hier, wie wir jetzt hier Schaden anrichten können. Wir sollen auf Bogenschützen aufpassen. Ja, dann mache ich das doch, hä? So. Ah, das hat schon mal geklappt. Sehr gut. Frage ist jetzt... Dahinter ist jemand. So, da ist einer. Nein! Scheiße, Mann. Das gibt es ja wohl nicht. Das gibt es ja wohl nicht, ey. Ich wurde schon wieder vom Ersten entdeckt. Ja, ich bin aus der Übung. Es tut mir leid. Ich bin schon aus der Übung. Da hinten ist der. So. Da war ich mal auf der... Ich bin echt aus der Übung. Oh Gott, Alter. So. Ja. Da habe ich ja schöne Musik hier. Auf jeden Fall. Und dann wollte ich mal, bis der sich rumdreht. Ja, ich bin wieder zu früh rausgegangen. Das passiert mir immer am Anfang des Parts. Nein. Hier ist keiner. Stop. So. Ja, wie gesagt. Mein erstes Video in einer Woche. Aber ich glaube, ihr habt auch schön Weihnachten gefeiert und so. Deswegen versteht ihr das, denke ich mal. Doch. Und genau, da haben wir den jetzt als Sack gekillt. Und, yo. Wir sind hier vorne noch. Und das Blutspriszt da fröhlich aus dem raus. Das ist sehr cool. Ei. Ja. Dann gehen wir da hoch, bitte, Riki. Mal rum. Da oben. Jawohl. Okay. Sehr schön. So. Dann haben wir ja schöne, klassische Musik hier. Mag ich sehr in diesem Spiel das. Ah. Da ist ein Tier. Okay. Ich verstehe. Ein Hund. Die muss man ja hier auch killen. Und wer, der dreht sich jetzt rum. Wer, der dreht sich rum. Shit. Oh, der hat mich wieder kurz entdeckt. Aber ich glaube, das zählt nicht. Hi. Oh mein Gott. Ich hab ihn gesehen da drin. Oh. Da ist er. Ach wehe, du drehst dich jetzt rum, ne? Ne. Mach da nicht. Zack. Sehr schön. Also. Dann machen wir uns mal weiter auf den Weg hier. Was heißt das? Was ist das? Ist das eine Rüstung? Oder was ist das? Kaputt machen? Oh. Ups. Ah ne. Äh. Ich weiß nicht, was das heißt. Leider. Ich kann kein Japanisch. Aber. Das ist auch nicht wichtig. Ich glaube, wir müssen was anderes erledigen. Ich frage mich immer noch, wie man hier mit. Ah. Shit, Mann. Oh. So. Wie man hier das Schwert einpackt. Und lauf, lauf, lauf. Lauf, lauf, lauf. Einmal einen Seitenkill? Ne. Gar kein Kill. Okay. Auch egal. Hauptsache, wir haben ihn nicht entdeckt, ne? Genau. Dann machen wir mal weiter. Gehen wir mal hier drauf. Hier waren wir ja eben drin, ne? Glaube ich zumindest. Ich verliere sehr gerne mal die Übersicht hier in diesen Level. So, was haben wir hier? 70. Ich glaube, einmal rollen geht noch. Ja, da ist er. Da unten. Aber hier wurde doch vor Bogenschützen gewarnt. Warum? Auch kein Stealthkill, aber ist egal. Aber hier wurde vor Bogenschützen gewarnt. Aber hier laufen nur Speertypen rum. Okay. Keine Ahnung, was sich das Spiel wieder dabei gedacht hat. Wahrscheinlich irgendwie versteckt, ne? Oh. Hier unten. Da. Das ist wieder... Ah, eine Katze. Ne, die nicht töten, glaube ich. Oder die kann uns doch sehen, oder? Ich probiere es mal aus. Ja. Die kann uns sehen. Schau mal. Süßes Kätzchen. Cool. Aber hier läuft... Ah, Heiltrank. Ein Heiltrank. Ja, voll. Oh, das ist geil. So. Ah, jetzt rennt das Vieh hier rum. Oh, was haben wir hier noch? Ach, was geht mit der Mucke ab? Alter. Ah, ja, ist egal. So, dann gehen wir mal weiter. So, ups. So, da. Da sehe ich ihn doch direkt, ne? Aber das ist, glaube ich, ein Buddy, hm? Ah, oh. Okay. Wo ist Minister Kataoka? Du. Du, Herr Herr Berger von Ninja. Wie kommentiert ist, dass du hierher gekommen bist. Ich habe Orte, dich zu töten. Ja, kannst du ja versuchen. Hier hast du erstmal Schlafgas. Ah, scheiße. Nee, komm. Zack, zack, zack. Schlafgas, komm. Hier, erstmal pennen. Zack. Hä? Okay? Was ist das denn für ein Schrott hier, ey? Nee, den Booster, den spare ich mir auf für den Endgegner. Ja. Ach, warte. Geschafft. Bitte, spiel mir Leben. Hinter dir. Wo ist Kataoka? Hinter dir, oh mein Gott. Der Booster ist raus. Er, 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 er sollte bald wieder zurück. Das ist doch überall Bogenschütze, Mensch. Oh. Hm, 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 hm. Hä? Was war das denn? Ah, ja, natürlich. Und jetzt entdeckt mich hier der Bogenschütze, ey. Aber das war, glaube ich, eh gescriptet, hä? Das war gescriptet, da konnte ich nichts gegen machen. Ganz ehrlich. Hä? Was denn? Ah, hier. Hä? Wo denn? Ist das hier drin? Ah, hier drin. Oder was? Nee, hier ist nix. Okay. Wer hat mich denn da entdeckt? Da drin. Aber was ist hier noch? Nix. Ah, der pennt. Sehr schön. Ja, dann können wir den hier wieder, ne? Zack. Genau. Weg mit dir. Oi, oi, oi. So. Hier gehe ich auf einen Gegner zu, irgendwie. Irgendwo hier. Ah, da vorne. Ich habe ihn gesehen. Der pennt. Warum pennen hier alle? Ah, nee, der ist... Äh, nee, das ist eine Leiche. Scheiße. Oh, Mann. Jetzt kommt gleich der Part mit den Bogenschützen, hä? Sekunde. So. Nur kurz mein Headset richten. Ah. Was ist denn hier? 90 wieder? Ah, hier drunter, oder was? Ist das wieder ein Bug? Ah, hier drin wahrscheinlich. Mal gucken, wo... Wo ich hier... Ah, stopp. Man kann auch dahinter was sehen. Durch irgendwelche Grafik-Bugs. Was? Ja. Ah, hier. Hier komme ich rein. Ah. Mein Gott. Das ist eine Unschuldige. Okay, weg hier. Komm. Hau ab. Brich ihn mal. Hau ab. Unschuldige aufreißen können wir ein andermal. Genau. Das können wir ein andermal machen. Aber nicht jetzt hier auf so einer wichtigen Mission, hä? So, wo ist denn jetzt der Bugsch... Äh, äh, was? Oh, Alter. Die wieder mit ihrer scheiß Sichtweite. Oh. Wo bist du? Nein. Geh zurück. Mein Gott. Oh, ey. Wo ist denn der? Hä? Ah, wo bist du? Hey. Halten, hallo. Ah, da. Da. Ich habe ihn gesehen. Da hinten. Äh, welche Grafik-Bugs hier nutzen? Nein. Alter. Die können durch die Ecke gucken. Ernsthaft. Oh Gott. Was macht der denn? Der ist irgendwie verpackt. Ich sehe den nicht immer. So. Ich knie mich jetzt einfach hin. Der ist weg. Okay, der ist reingegangen. Okay. Sehr schön. Nein. Nein, 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 nein. Da ist noch einer. Ach du Scheiße, sind zwei. Wie soll ich das denn machen? Oh, da drin ist auch noch einer. Oh, fuck. Wie soll ich das machen, ey? Das ist doch schon wieder gemein von dem Spiel. Ja, nein. Jetzt ist der wieder weg, okay. Ja, was soll ich machen, ey? Shit, Mann. Da drin ist nämlich auch noch einer. Nein, 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 nein. Ja, nix, nein, nein. Geh mal da hoch, bitte. Ich glaube, das ist besser. Hier unten drunter ist nämlich noch einer. Und jetzt bin ich von hier oben. Und jetzt bin ich von hier oben und sehe den jetzt hier, genau. So, und zack. Da haben wir wieder unseren Stealth-Kill. Jawohl. Oh Mann, Alter, ich habe so einen Schiss hier, ey. Hier ist der Bogenschütze. Da, der kommt. Wer? Von wo? Oh Mann. Oh Mann. Das ist so eine komische Spielmechanik hier. Hä? Von wo? Ja, irgendwer sieht mich hier noch. Ah, das ist die... Die Unschuldige. Warum hast du hier denn Angst vor mir überhaupt? Mach mal hier so. Ne, es bringt nichts. Scheiße, ey, Mann. Ich wurde schon wieder viel zu oft entdeckt, Mann. Muss ich mich jetzt hier an der Unschuldigen vorbeischleichen, ja? Was ist das doch ein... Da ist er doch. Oh, dieses Arschloch, Alter. Da ist der Penner, ey. So, mach mal hier einen Seiten-Kill. Ne, geht auch nicht. Okay. Na, egal. Ah, stopp! Hä? Ah, die Unschuldige. Was? Was? Ah, okay. Irgendwo hinter mir. Ach, komm schon, Alter. Was soll denn das? Das ist doch... Hä? Ach! Da unten ist die Unschuldige. Aber ich frage mich das gerade echt, wo der Bogenschütze ist, ey. Das kann es doch nicht sein. Hier, wo soll ich mich jetzt vor der Unschuldigen hier verstecken? Hier. Ja. Wo ist dieser Bogenschütze? Dieses Arschloch, Alter. Da vorne. Ne, das ist ein Schwertkämpfer. Wo ist dieser Bogenschütze? Ich will diesen verfickten Bogenschütze jetzt endlich mal killen. Ist irgendwo noch einer? Oh. Hä? Wo ist der? Wo ist der? Schon wieder. Kann wir dich mal da hoch? Ich gehe direkt auf einen zu, aber ich sehe keinen. Dann ist er hier drunter, wa? Hä? Ach ja, in diesem Haus. Stopp, Alter. Ah, da. Okay. Da ist ein Bogenschütze wieder. Nichts nice, nein. Boah! Alter! Oh mein Gott. Boah, der rede ich doch nicht rum direkt. Oh. Alter. Erschreck mich doch nicht so am späten Abend, ey. So. Zack. Oh mein Gott, ey. Äh. Das ist... Ah, hau ab. Hau ab, hau ab, hau ab. Oh. Hä? Wo denn schon wieder? Hä? Wo denn? Wer hat da irgendwas entdeckt? Hä? Ich weiß es nicht. Hm? Nicht hier, sondern irgendwo hier. Äh. Achten Sie. Was ist hier? Hallo? Hey. Aber wahrscheinlich hier hinter, hm? Oh. Boah. Alter Schwede. Erschreck mich doch nicht wieder so. Oh. Shit, Mann. Oh. Erschreck mich nicht. Es ist noch einer. Ey, wie viele Gegner hier rumlaufen. Das ist so unnormal. Das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte eigentlich nur hier zurück. Und ich wollte mich da hochhangeln. Halt dich bitte fest. Da brauchst du ja nicht. Okay. Ist ja nicht Tenchu 2. Wo er sich nie festhält. Alles wahrscheinlich hier drunter. Hier drunter. Vielen Dank.